Okay, komm, LAP spannen. Da spiel ich die anderen viel lieber. Mit Benny's Curse bekommen wir jetzt Filmpark. Hm? Ja, ne, gut geworden. Wer? Let's see. Let's see. Äh, letzten Monat. 18 Tagen. Ich glaub nicht, dass er... Wenn es der hier ist, dann ist es dann nicht. Wort wieder da. So häufig, dass ich Leute sehe, die wo Leute tisch... Thea Darwin- Ja, der sogar 387 Follower. Oha. Oh, der ist offline. Oh, der ist offline. Oh, der ist offline. Aber der spreche jetzt seine Videos nicht. Also kann ich nicht mehr gesehen. Okay. Aber der hat doch wenigstens irgendwie so... Aber du siehst ja die Clips und so. Oder? Da steht beliebte Clips. Das sind zwei. Einer ist vom letzten Monat. Und einer vor 18 Tagen. Okay, gut. Weil... Da ist einfach gar nichts. Ja. Keine Clips. Keine Videos. Keine Info. Gar nichts. Aber wir haben Twitch im Namen. Mach ich hier zu? Ist es schlau? Wollen wir mit, geh ich da spülen? Oder ist das richtig? Egal. Ja. Die Asht. Die Asht rein. Mach ich hier doch mal zu. Ashtet. Ach so. Einig. Wir haben Zero Miro. Geht die Mann hier auf. Die Asht. Die Asht. Die Asht. Die Asht. Die Asht. Die Asht. Ah, Pudi. Er läuft einfach durch mein Smoke durch Pudi. Was mit ihm? Renn doch weg. Er hat so wenig damage bekommen, für das er so lange in der Schmuck steht. Der Zero war zuletzt auf dem Balcony. Da wo Backstairs hin ist. Ja, bei unserer Ella. Der ist immer noch auf dem Balcony bei Backstairs. Was? Das sind die Schüsse bei der Oder? Ja. Bei unserer Ella CT-Zero kommen nicht. Er ist nur tot. Ja. No, right, right, right. Not the right. Maybe in Bomb. Ja, Bombi. Ah. Genau da, wo ich mein Dings weg machen wollte. Ist das jetzt ironisch, dass der Nice Call sagt, oder meint er das ernst? und meyer meint das ernst ich hoffe dass der das ernst meint du hast ja b-bomb gesagt und dann hat er draufgeguckt i will indeed protect the bomb hier zu machen vorsicht ist besser als nachsicht da bin ein mistake ich könnte oben eine schon pushen über tromps oh ich habe eine sidebridge geöffnet oder also ich habe gerade eine tone gemutet geempelt mit meiner cam und zerstört also jetzt mal eine sidebridge geöffnet Ah, Termite ist auch noch, Termite Side Breach, oh wenn noch. Jetzt noch Hälfte leben. Ah, der hat jetzt sogar den Diffuser, ok, dann nehme ich doch das erst, erstmal die Hustung mitnehmen, bevor Benni da wird. Lassen wir die Walls zu Backstairs, oder machen da so eine Art Headwalls rein, dass wir von oben, wenn wir auf der Treppe stehen, reingucken können, oder? Das denkt ja wie schlau das ist, weißt du hier so, warte mal, ich mach die Löcher mal, aber wenn du dann auf Backstairs stehst, kannst du das erstens, du kannst die Backstairs, das muss schwieriger runterlaufen, dann gehen wir hier noch einen Pieper hierhin. Meine Güte, da wäre ja gar nichts getroffen. Wow! Tuck, tuck, tuck. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Tuck, tuck. Tuck, tuck. Ja. Round 4. Unten Rinder. Wo war das hier? Da nicht unten zu sein. Ja, die sind da, wo wir auch angefangen haben. Da? Ja. Okay, da fahr ich mal nicht weiter. Da sitzt irgendwo einer. Ah, dammit. Ich geh mal zu dem Balcony. Bigsters Balcony. Äh, doch. Ah, D-Taste. Hör auf. Um nicht zu funktionieren. ... 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 noch einer dead letzte bei mir hinten okay lass halt auch noch was für uns übrig meine güte nichts wird hier übrig gelassen ja ich wollte dass es schon so schnell vorbei geht weißt du ja gut jetzt pick, 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 pick yeah oh oh